Was ich jetzt aber machen werde... Ich meine, wenn ich das hier schon alles freigelegt habe und umgeformt habe... ...dann möchte ich wenigstens... ...dass es nicht ganz so furchtbar aussieht. Und dafür... Äh... Ah... Mache ich das so? Jetzt gehe ich aber erstmal pennen. Äh... Da geht's hoch. Ich gehe mit bisschen Dreck in der Hand, gehe ich pennen. Geh da hoch. Ich liebe Dreck! Vielleicht sollte ich mich auch mal gleich um die Feldarbeit ein bisschen kümmern. Ähm... So, dann kann ich den Scheiß-Stein hier wegmachen. Habe ich eine Axt dabei? Natürlich nicht. Ich habe einen Scheiß auf dem Baum. Äh... Feldarbeit habe ich gesagt. Gut... Ich habe aber auch das Felddinge nicht dabei. Wo habe ich es denn? Dann habe ich es im Haus. Äh... Da ist auch eine Axt. Ich gebe mir die Axt. Ich gebe mir das Feldbearbeitungsdingens. Ja... So... Schön den Baum fällen. So... Dann wollen wir hier mal ein bisschen Weizen abernten. Denn... Dadurch... Äh... Genau. Ich erinnere mich nämlich glaube ich... Ich glaube ich hatte am Anfang gar nicht genug... Gar nicht genug Körner um das ganze Feld hier... Durchgängig zu bestellen. Ruhe. Und... Das bedeutet... Ich mache das jetzt. Also ich kümmere mich jetzt um die Ernte hier. Weil... Ich dann die Körner zusammenkriege um das gesamte Feld zu bestellen. Und vor allem... Um... Äh... Meine Hühner zu füttern. Aber dafür hatte ich ja auch nicht genug Körner. Da muss ich ja einmal hier vorne was vom Feld wegnehmen. Damit ich die füttern kann. Aber da muss ich não sein. Bizarre. Das ist da so ein Setzding runtergeknallt, den will ich auch noch haben. So, okay, soweit so... Wo war denn das da? Soweit so gut. Muss ich jetzt hier irgendwo Boden bearbeiten? Nö. Komm, wir nehmen jetzt hier so ein paar Einzelne noch raus. Weil die gerade nachgereift sind. Das sind jetzt aber die letzten, um die ich mich kümmere. So, und jetzt? Körner. Hm, da sind noch welche. Also. So, das hätten wir. Jetzt kommt das. Feld. Ich denke, das lasse ich dann mal komplett durchreifen, damit ich hier nicht so ein Durchhinein nahe. Aber, äh... Na ja, wichtig. Äh. Äh. Oh. Ich hab keine Körner mehr. Dann nimm die. Ich hab keine Körner mehr. Wunder. Hiebsch. Hiebsch, 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 hiebsch. Gib mir das. Äh. Äh. Sehen wir mich ver... Nö, ich geh nicht... Nein. Ähm. Da wollte ich nicht hin. So, hab ich das Ding hier nicht gerade schon eingesammelt? So, zu euch süßen... Ne, das ist falsch. Zu euch süßen wollte ich. So. Hey, hey. Okay, ähm. Um die haben wir uns gekümmert. Und jetzt brauchen wir hier noch... Weizen. Denn... Denn ich muss mich ja auch um... Meine anderen Viecher kümmern. Ich muss mich ja auch um... Ich brauche eine gerade... Eine ungerade Zahl. Ja gut. Weg mit euch. Ah, warte. Da ist noch eine Erfahrung. Weg. Weg, weg, weg. So, Schafe. Ähm. Ist das auch eine ungerade Zahl? Schön. also nicht ganz und gar nicht so ok ich hatte doch hier noch so eine lustige schere die brauche ich jetzt auch unbedingt schnipp schnapp das fell ist ab schnippidi schnappidi ja wenn der sommer schön blöd seht ihr alle aus so lobe ich mir das schön blöd irgendwie hübsches irgendwie was anderes also ich habe hier auch zu viel scheiß eigentlich eigentlich brauche ich einen lagerraum eigentlich brauche ich einen lagerraum und aber warte mal dazu muss ich jetzt erstmal hier auf der fläche wieder bäume auspflanzen das habe ich habe ja hier irgendwie dafür gesorgt dass hier kein einziger baum mehr wächst das heißt ich kann ja auch nicht mehr großartig großartig was bauen ich brauche also noch mehr baumsetzlinge da haben wir noch welche schöne gute alte birke da noch einen hin und hier noch einen hin da und hier da und hier und da und hier und da jetzt gehe ich ins bett denn ich habe ja noch ein bisschen was vor man das gelände ja irgendwie voranbringen man muss also vor kopf eine leiter untergehen so bahn interessant es ist noch kein baum gewachsen das ist aber ich hatte doch hier noch holz drin aber habe ich da noch unbearbeitetes holz haben hier dunkles das ist schon mal gut für kisten und sowas hier haben wir noch mal dunkles haben wir hier noch mal dunkles ja hier gut daraus bauen wir jetzt erstmal noch ein paar kisten sechs stück sind erstmal ganz okay das sind also drei doppelte weg also ich möchte gerne meine ernte kisten hier so hin möchte ich die hier so hin haben ja das sind jetzt das jetzt die kiste wo alles rein kommt was ernte ist also hier weizen kommt da rein zuckerrohr kommt da rein körner kommen da rein mehr habe ich ja im moment nicht eigentlich verschwendung aber gut lassen wir das so stehen dann haben wir hier schon eine truhe drin ne aber dann kommen hier truhen hin da kommen zum beispiel da kommt wolle 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 ist das alles wolle ja da kommt überall wolle hin so dann möchte ich hier noch eine hühner kiste haben da kommen eier rein ich brauche also warte mal eier zuckerrohr 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 ich brauche noch eine kiste für werkzeug zuckerrohr ob ich mir das jetzt hier nicht alles zu schwer mache zuckerrohr zuckerrohr kommen hier nämlich noch mehr eier hin ich habe das gefühl ich mache mir das viel zu schwer Was haben wir denn hier? Die Baumsatzlinge können erstmal hier so hin. Der ganze Klüngel bleibt da erstmal. Was haben wir hier? Hier haben wir erstmal Eier. Baumsatzlinge. 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 Zuckerrohr. Weizen. Der ganze Steinscheiß. Kann Steine, Erde und sowas. Kann alles da oben hin. So. Gehen wir hier unten hin. Steine. Okay, das ist Eisen. Das kann ich aber trotzdem gebrauchen. Denn das kommt da hin. Stein, Erde, da hin. Hier ist noch mehr. Granit. Was haben wir denn da unten? Weizen. Sandstein. Sandstein. Ne, warte, die Bretter bleiben da drin. Ei. Dann haben wir hier Weizen. Zuckerrohr. Baumsatzlinge. So, ich brauche eine Kiste für Werkzeug. Was haben wir denn hier eigentlich noch so drin? Oh Gott. Das ist mir, das ist mir jetzt gerade alles so anstrengend. Ich brauche... Was habe ich jetzt gesagt, brauche ich eine Kiste mit Werkzeug. Genau, die stelle ich da in die Ecke. Habe ich noch Kisten da? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Werkzeug. Da kommen rein. Schippen. Da habe ich ja ganz viele von. Spitzhacken. Spitzhacken habe ich auch ganz viele von. Noch eine Schippe. Dann das Ding. Die Schere kommt da rein. Dann haben wir doch... Das ist da falsch. Dann haben wir doch hier noch eine Angel. Wir haben... ...nen Eimer. Wir haben die Diamantspitzhacken. Wir haben hier noch ein Schwert. Da kommen die Pfeile. Da können wir auch mit dazu tun. Und der Rest ist... ...irgendwas anderes. Okay. Wir haben hier noch ein Schwert. Wir haben hier Pfeile. Oh Gott. Wir haben einen Eimer. Eine Diamantspitzhacken. Wir haben eine Angel. Und was haben wir hier? Pfeile. Pfeile. Vielleicht... Ah, Feuerzeug. Kompass. Kompass. Gut. Noch ein Eimer. Hatte ich noch... Hatte ich nicht noch irgendwo noch Karten? Die sind wahrscheinlich hier im Haus irgendwie drin. Nein. Hier. Karten. Brauche ich auch unbedingt noch. So, haben wir hier noch ein Eimer. Und dann haben wir Karten. Feuerzeug. Kompass. Noch mehr Pfeile. So, dann haben wir hier noch ein Schild. Irgendwie Holz. Und sowas. Okay. Jetzt haben wir hier mal so ein bisschen Ordnung. Ich habe mir gerade überlegt. Ich könnte die Häuser hier noch ein bisschen mit Holzkanten versehen. Also so. Kommt die Tür da wieder hin. Zack. Ähm. Quasi so. Wie so eine Terrasse. Terrasse. Weil ich ja jetzt natürlich die Häuser so hoch gebaut habe. Wobei ich glaube bis... Ich glaube bis dahin brauche ich es gar nicht. Oder? Nee, eigentlich ja... Eigentlich ja nur bis dahin. So, dasselbe mache ich jetzt hier auch noch mal. So, bis da so. So. Kommt da mal noch so eine Fackel ran. An meine Tür kommt noch eine Fackel ran. Na guck mal, sieht doch langsam mal nach was aus. So, ganz, ganz langsam. Ganz langsam sieht das nach was aus. Hm? Okay. Ich muss unbedingt was in meinem Haus machen. Fällt mir gerade ein. Sieht ja fürchterlich aus. So. Häpp. Wir haben jetzt noch ein bisschen helles Holz. Aber ich hatte glaube ich noch... Genau. Ich habe noch dunkle Setzlinge. Bleibst du hier? Noch dunkle Setzlinge. Das heißt, ich werde hier auch noch... Einen... Zwei... Drei dunkle Setzlinge. Komm, machen wir vier. Fünf dunkle. Dann mit dem dunklen habe ich auch noch was vor. Damit habe ich auch noch was vor. Okay. So, wo ist denn meine Werkbank? Die ist hier. Wie hat man denn? Ich habe doch hier irgendwo noch so... Holzdruckplatte? Nee, sowas suche ich nicht. Genau. Stufe. Na. So. Na, ich sehe schon. Das mal wirklich schön zu kriegen. Da fehlt noch eine Menge Arbeit, glaube ich. Wie sieht das da eigentlich aus? Habe ich noch irgendwo Sand? Hier haben wir Sand. Hier haben wir Sand. Hier ist noch mehr Sand. Ich glaube... Sand. Das könnte eventuell reichen. Jetzt ist noch nie. Aber jetzt fallen, ich weiß nicht. Was ist es? Ja. Wo ist das? Das sieht so aus. So sieht ein bisschen besser aus, so der Baum muss weg, der Baum muss weg, denn man möchte ja hier so allmählich so ein bisschen, ich hab zwar das Gefühl, hier kommt so allmählich so ein bisschen Form rein, aber irgendwie bin ich davon noch nicht ganz so überzeugt. Da fehlt gerade meine Vorstellungskraft noch ein wenig. Oh, da ist ein dunkler Baum, schön. Aber dennoch, ich kann mir glaube ich langsam so ein bisschen vorstellen, wie das werden könnte. Also das mit den Bäumen, das dauert echt Ewigkeiten. Na gut, kommt. Und machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich spiele jetzt hier Erntehelfer. Und zwar reiß ich Milch jetzt hier alles nieder, damit ich das einmal ordentlich machen kann. und dann, wenn das東 geht. Denn irgendwie nervt es mich, dass immer nur die Hälfte fertig ist oder ein Drittel und der Rest dann ist noch nicht mal ansatzweise fertig. Gib mir das. Und das. 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 Das.